Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach ein Erklärvideo erstellen könnt und was ihr dabei unbedingt beachten solltet. Orientiert euch am besten an den folgenden sieben Schritten. Schritt 1. Informiert euch in eurer Gruppe über euer Thema und zwar so, dass ihr es wirklich verstanden habt und anderen gut erklären könnt. Schritt 2. Legt das Ziel eures Videos fest. Überlegt dabei, was die Zuschauerinnen und Zuschauer eures Videos hinterher gelernt haben sollen. In meinem Video habe ich mir zum Beispiel als Ziel vorgenommen, dass ihr hinterher wisst, wie ihr euer Erklärvideo erstellen könnt. Schritt 3. Nachdem ihr euch ein Ziel gesetzt habt, sammelt ihr Ideen und besprecht, was ihr in eurem Video zeigen wollt. Baut euer Video dabei immer so auf, dass es zuerst eine Einleitung hat, in der ihr kurz sagt, worum es im Video geht. Dass euer Video danach immer einen Hauptteil hat, in dem ihr den Inhalt dann erklärt. Und dass ihr am Schluss die wichtigsten Punkte nochmal zusammenfasst. Schritt 4. Erstellt ein Drehbuch. Schreibt dazu einen Text, der im Video vorgelesen werden soll. Beachtet dabei. Benutzt einfache Sprache und wenn ihr Fachwörter verwendet, dann erklärt diese, damit alle, die sich das Video angucken, auch wirklich alles verstehen, was ihr sagt. Schritt 5. Überlegt euch genau, welche Bilder den Zuschauerinnen und Zuschauern helfen, damit sie eure Erklärung besser verstehen können. Legt dann fest, wann ihr welches Bild in das Video schieben wollt und wann es wieder herausgeschoben werden soll. Ihr könnt die Bilder hierfür selber zeichnen oder ausdrucken. Aber Vorsicht! Achtet darauf, dass die Bilder gut zu erkennen sind und ihr nicht zu viele Bilder benutzt. Das kann dann von dem, was ihr eigentlich erklären wollt, sehr schnell ablenken. Farben dürft ihr natürlich auch benutzen. Aber achtet darauf, dass sie nicht zu sehr ablenken und entscheidet euch dann für einige wenige, die gut zueinander passen. Schritt 6. Klärt ab, wer welche Rolle beim Videodreh übernehmen soll. Welche Person in eurer Gruppe soll sprechen? Wer ist für die Kamera verantwortlich? Wer schiebt die Bilder hinein und wieder heraus? Wer sorgt dafür, dass es beim Film ruhig ist und auch ausreichend hell? Sprecht euch ab und teilt die Rollen zu. Kommen wir jetzt zum letzten Schritt 7. Dreht euer Video. Hierfür braucht ihr einen weißen Untergrund, zum Beispiel ein großes weißes Blatt. Befestigt eine Kamera oder euer Handy so über der Fläche, dass sie nicht wackelt und den Untergrund abfilmt. Dafür könnt ihr ein Stativ selber bauen. Seid kreativ, ich bin mir sicher, ihr bekommt das hin. Versucht möglichst, das Video in einem zu drehen. Falls ihr euch damit auskennt, könnt ihr das auch nur in Abschnitten filmen und diese dann zusammenschneiden. Falls nicht, dreht das Video einfach in einem fertig. Dabei kann auch viel schief gehen. Versucht es immer wieder erneut, bis es so gut klappt, dass ihr mit dem Ergebnis zufrieden seid. Zum Abschluss habe ich noch ein paar Tipps und Hinweise für euch. Das Video sollte zwischen 2 und 5 Minuten lang sein. Behaltet euer Ziel im Blick und achtet beim Text und den Bildern darauf, euch wirklich nur auf das Wesentliche zu konzentrieren. Zu viele Spielereien können zwar witzig sein, am Ende versteht man aber nicht mehr, was ihr eigentlich erklären wollt. Und als kleine Hilfe habe ich euch noch eine Checkliste erstellt, die ich euch noch zusenden werde. Wenn ihr euer Video erstellt und dabei auf alle Punkte der Checkliste achtet, dann wird euer Video bestimmt richtig gut. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß und Erfolg beim Erstellen der Erklärvideos. und bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020